Hallo ihr Lieben, gut aufgepasst, jetzt wird es absolut krank, krank im positiven Sinne, im positivsten Sinne überhaupt. Jeder, der auf unserem letzten Team-Incentive dabei war in Dubai, der weiß, alle haben Tränen in den Augen gehabt, haben geweint vor Glück, haben drei intensiven Tage erlebt, wo sie sagen, die werde ich definitiv in meinem ganzen Leben niemals vergessen. Die haben mich so bewegt, wie selten etwas in meinem Leben jemals zuvor. Und wir gehen jetzt in den nächsten Schritt. Das heißt, was ihr hier seht, ist natürlich der Ort unseres nächsten Team-Incentives, sprich Organisation Marco Müller & Co. hat ein eigenes Incentive ausgeschrieben, in Verbindung, gemeinsam mit den Liedern, Patrick Lehner, Philipp Herrmann und Andreas Moser. Und wir gehen in, ja, ihr seht es hier, es ist natürlich die Polarnacht, das sind die Polarsterne, es geht am 21. bis 23. Januar 2019, das ist der Montag, Dienstag und Mittwoch, vor unserem Unity Global Kick-Off Event, gehen wir nach Finnland. Nach Finnland in ein Chalet der absoluten Luxusklasse. In einer, in einem Chalet, man kann keine Hütte sagen, in wirklich ein Luxuschalet, was komplett seinesgleichen sucht. Und wir werden hier besondere Momente erleben, die wir in der Natur vermutlich, also ich zumindest mal, noch nie jemals zuvor erlebt haben. Wer auf Natur steht, wer gerne Hundeschlitten fahren möchte, kann das natürlich selbstverständlich tun. Wer gerne motorisiert unterwegs sein möchte, kann natürlich auch das tun. Das heißt, wir werden hier wirklich richtig coole Erlebnisse haben. Wir werden richtig was erleben. Wir werden vor allen Dingen aber auch gemeinsam auf absolutem Luxus, auf letztendlich diesem Chalet gemeinsam wachsen und unser Genesse Mission Statement leben, nämlich uns dabei zu unterstützen, unser volles Potenzial zu entfalten. Es gibt hier Ecken, es gibt, wo man sich zusammensetzen kann und es gibt vor allen Dingen absolute Highlights auf dieser Reise. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen, ich habe die Zusage bekommen, die 100% Zusage. Es wird mit an Bord sein, Diamond Director Fabian Fitzner. So, er wird mit dabei sein, er baut mittlerweile ein Business auf, wo ich sage, boah, das ist wirklich outstanding, was der für einen Job macht. Ich freue mich darauf, ihn wirklich noch intensiver kennenzulernen. Jeder von euch kann ihn kennenlernen, kann ganz nah an ihm dran sein, kann alle Tipps und Tricks aus ihm wirklich herauskitzeln und kann letztendlich einfach mal einen Diamond Director erleben und vor allen Dingen dadurch auf engstem Raum auch wirklich Sachen lernen und wirklich auch mal sich gegenseitig austauschen können und kennenlernen, was einfach für das Business den nächsten Level bedeutet. Dieses Chalet ist wirklich ein absoluter Luxus. Es ist mitten in Finnland, es ist mitten im Schnee. Wir haben natürlich auch eine finnische Sauna mit enthalten und alles drum und dran. Und jetzt kommt nochmal etwas Add-on, denn ich habe gestern so stark darum gekämpft und habe wirklich gesprochen und gesagt, du, ich habe keine Zeit, ich kann es null ausrichten, null wirklich überhaupt gar nicht einrichten und ich habe einen Deal mit ihm hinbekommen. Sollte diesen Monat Patrick Lehner Ruby Director erreichen, in Klammer auf, das wird er tun, Klammer zu, da bin ich ziemlich sicher, ich habe natürlich keine Garantie, aber ich bin ziemlich sicher, dann haben wir an diesen drei Tagen auch Double Diamond Director Daniel Fire mit an Bord. Die komplette drei Tage, er wird mit uns auf der Hütte sein, rund um die Uhr und wir können dann im Prinzip ja mit Diamond und Double Diamond letztendlich alles erleben, wir können intensiv uns austauschen, wir können alles letztendlich erfragen, wie soll ich sagen, einfach, ja, man kann es genießen, man kann sich connecten, man kann sich kennenlernen, man kann Freundschaften schließen und man kann vor allen Dingen dadurch das Business auf das nächste Level heben. Kommen wir zur Qualifikation. Die Qualifikation ist so angesetzt, dass jeder von euch sie erreichen kann. Und zwar egal, ob er heute gestartet ist oder ob er bereits seit einem Jahr im Business ist, egal ob er viel getan hat in letzter Zeit oder das Business hat ein bisschen schleifen lassen, jeder von euch kann auf dieser Reise dabei sein. Die Qualifikationskriterien sind relativ einfach, sie gelten ab gestern für den restlichen September, sprich gestern war der 9.9. und gelten für den kompletten September, also drei Wochen Zeit und die Qualifikationskriterien sind relativ einfach. Du benötigst 3.000 CV-Teamumsatz im restlichen September ab dem 9.9. Das war's. Das heißt, egal ob in der 10. Linie, in der 15. Linie, egal ob du 10 Linien hast, 300 CV oder 2.500, vollkommen egal. Einzige Ausnahme ist, jede qualifizierte, also jede selbst qualifizierte Linie zählt mit maximal 1.000 CV. Nehmen wir an, du hast einen Partner, der macht 3.000 CV mit seinem Team, dann zählen daraus 1.000. Brauchst du noch 2.000 nebenbei und dann hast du das Ganze schon gedeckelt. So, das heißt, es ist wirklich was, was man echt erreichen kann. Derjenige, der heute beginnt und sechs Leute mit Ambassador registriert, hat's schon geschafft. Oder der zwei Leute registriert mit Ambassador, die letztendlich ihren Executive machen mit Ambassador, hat's auch geschafft. Also, das ist wirklich etwas, was absolut machbar ist für jeden in diesen drei Wochen. Und jetzt gibt's noch ein Add-on. Und zwar für alle, die rückwirkend, also jeder, der im kompletten September das Powerstar, oder das Rising Star Powerlake Explosion Paket bestellt hat. Das sieht so aus. Kostet 1450 Euro, hat 175 Euro Bonus Credit mit drin. Sprich, wo die Leute wirklich, wie soll ich sagen, nochmal Guthaben kommen, wo sie Produkte kaufen können. Hat die ganzen Produkte enthalten. Hat 15.000 Powerlake Points mit enthalten. Also jeder, der dieses Paket bestellt hat, bereits im September, hat nur noch 2.000 CV zu erreichen. So, das heißt, er kriegt ein Drittel übernommen oder erlassen und muss nur noch 2.000 CV erreichen und ist qualifiziert für dieses einmalige und, ja, aus meiner Sicht, Outstanding Incentive. Derjenige, der es noch nicht hat, dieses Paket, hat heute noch die Chance, dieses Paket zu ordern, sodass es wirklich dann zählt für die 2.000 CV. Alle anderen, die das nicht getan haben, haben halt die Qualifikationshörte bei 3.000 CV. Also möchtest du heute noch etwas tun, kannst du dir 15.000 Powerlake Punkte draufladen, kannst dir Produkte besorgen, 175 Dollar Bonusguthaben besorgen und schon ein Drittel des Reiseincentives erreichen. Aber das muss jeder selber entscheiden. Ich freue mich auf jeden Fall ohne Ende. Ich freue mich, Daniel würde sagen, wie kein Zweiter auf diese Reise und auf letztendlich, ja, ein Incentive, was komplett seinesgleichen sucht. Wo ich sagen kann, okay, hier haben wir wirklich alles geboten. Wir haben Momente geboten, die absolut Outstanding sind. Wir haben Natur, wir haben letztendlich einen Ort, wo man so wahrscheinlich nie hinkommt und wir haben vor allen Dingen einen Ort, wo man in dieser Konstellation, nämlich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir werden 30 Qualifizierten haben, wo wir in dieser Konstellation niemals mehr mit 30 verrückten Menschen zusammenkommen und darunter natürlich absolute Korophen und letztendlich, ja, auch den Mann der Stunde im Network Marketing überhaupt, der, ja, das größte Movement vollzogen hat, was es im Network Marketing jemals gab. Also man kann mehr wirklich nicht bieten. Und das Schöne ist, ich liebe solche Dinge, die sich kein Jahr lang ziehen, sondern wo man sich einfach in zwei, drei Wochen qualifizieren kann, wo man ein bisschen Gas geben kann und schon hat man das Ding im Kasten und man ist dabei. Also markiere dir den 21. bis 23. Januar 2019. Hier schreiben wir Geschichte, hier gehen wir in ein mega, mega Chalet, werden Luxus genießen und werden vor allen Dingen uns alle als Persönlichkeit und dadurch auch unser Business aufs nächste Level heben. In diesem Sinne, gib Gas, hau rein und, ja, wenn möglich, sichere dir das Package, hol dir ein Drittel der Reise. Wenn nicht, gib einfach noch mehr Gas und mach die 3000 CV. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.